Bonfire So meine Freunde, willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock Infinite Ja und in der letzten Folge betraten wir den Orden der Raben Ja What the fuck Frisst das Das war sowas von klar, dass die kämpfen wollen daher Oh, da sind sie Ha In die Phrase, Junge, in die Phrase Hau doch mal ab mit deinem scheiß Knippel, sonst wird mein Knippel aus der Hose Äh, falscher Film Okay Die machen wir mal schnell nackig So, Streifschuss reicht Puh Äh Danke für die Silver Eagle Unsere Munition geht auch irgendwie nicht zu Ende Päuscht das? Oder Wie gehe ich da richtig? Äh, wie geht's rauf? Protecting our race Schützt unsere Rasse Was ist denn das? Blau, rot und Schlüssel für Schlüssel für die Truhe Cool Die holen wir Äh, was ist das? Gesundheitsinfusion Erhöht Maximale Schildinfusion Oder Salz Okay Wir hatten jetzt noch keine Probleme, ne? Aber das Schild ist am niedrigsten Ich fühl mich schon besser Gut Ich hab mir das auch geregelt Dann laufen wir gleich mal fix zurück zu Trohe Würde ich sagen Wovon hat der große Befreier den Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot Vom Adel ehrlicher Arbeit Von wohlhabenden Schutzherren Die ihn von der Wiege bis zur Ware unterstützen Von Kleidung und Schutz Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Lund Geht nach Frinkton Dort seht ihr es Von allen Liebewiesen wird nur der Weiße Mann freigeboren Und es ist unsere Last und Aufgabe Für den Rest der Schöpfung zu sorgen Alte Darf ich den Typen einfach in den Kopf schießen? Oh Oh Wie kann der Typen ALL Wie kann der Typen Was? Ja Bäst du lästst? Ja Was? Ja Ja Ich bin Ich bin Der hat nicht gesessen. Alter, was bist du für ein Tüdy? Frisch das. Und du frisch das. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ihr habt angefangen. Ich will bloß hier lang und zu der Truhe. Und ihr schießt einfach auf mich, wenn ihr mich seht. Habe ich euch jemals was getan? Gut, ich habe schon ca. 50 von euch abgeschossen. Aber sonst ist doch alles cool. Oh, wir haben Geld übersehen. Seht ihr? Gut, dass ich zurücklaufe. So. Und Geronimo. Ah, okay. Wir könnten auch. Aber wir springen hier rein. Super aufschließen. Yeah. Oh, da ist noch so eine Infusion. Nice. Guck mal, dann machen wir jetzt mal Gesundheit. Salze. Ein bisschen Heilung. Gut, aber für die Infusion hat sich das doch gelohnt. So, und den ganzen Weg zurück. Tupidu, 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 Tupidu. Geronimo, Geronimo. Und da hinten hin. Yeah. Ich bin Bucke. Äh, ne. In die Vorratskammer wollen wir nicht. Wir wollen durch die Tür jumpen. Geht leider nicht. Dann fliegt der Klatsch da voll gegen die Tür und dann kann er es erst öffnen. Passt auf. Flatsch. Äh. Ja, die geht natürlich auf. Aber die. Flatsch. Doch nicht. Wieso kann der jetzt auf einmal durch Türen springen? Ihm ging das noch nicht. Ach cool, ich brauch bloß einmal Shift antippen und dann läuft der. Ich brauch das gar nicht gedrückt halten. Geronimo. Ja, ihr Wichsers. Äh, wo geht's denn jetzt weiter? Hier hinten. Cool. Also. Weiter geht's. Ich will wieder das, äh, so. Öh. Und nach 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederprächtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amok-Lau. Öh, was? Alles geht sehr schnell. Bisher hat er erwiesenermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig und wir suchen sie dringend, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun, wieder Musik. Lüge! Ich hab nicht in die armer Menge geschossen. Alter, die Lügen voll. Ist voll die Lügenpropaganda. Sind wir zu Hitlerzeiten, oder wat? Äh, ja. Drück den Knopf. Äh, voll die Vogelscheiße. Waren das die Vögel, oder waren das die Typen? Alter, wieso ruckelt das? Aulimus Patria Nostra Defender. Keine Ahnung, was das heißt. Ich kann kein... Äh. Jetzt hab ich vergessen, wie die Sprache heißt. Ob das die Sprache ist, weiß ich auch nicht. Eine Dame mit Silve Werte! Das gefällt mir! Der Zirkus der Werte! Nein, ist es ja leider nicht. Es ist ein Verkaufsautomat. Der auch nur wieder das gleiche verkauft. Davon brauchen wir nichts. Die Illuminaten. Sie sind hier. Das allsehende Auge. Ja, komm. Nenn ich auch die Salzampulle. Und dann passt das. Okay. Geht's da hinterher weiter, oder ist das... ...ein Geheimversteck? Prüfen wir gleich. Aber erstmal... ...schauen wir uns hier natürlich um. Gut, was haben wir hier? Schreibtisch durchsuchen. Ein Stück Kuchen! Natürlich! Wer hat nicht ein Stück Kuchen in seinem Schreibtisch? Und Kaffee! Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Aha. Na, die Typen sind krank. Einfach krank. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die krank. Oh. Oh, ein Geschenk. Was ist denn da drin? Was ist das für ein Geschenk? Ich will das wissen. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur vier Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spielmenü verwalten. Neu-Hosen-Feuervogel. Beim Sprung von einer Skyline verbrennen Feinde in der Nähe. Opfer nehmen drei Sekunden lang 400 Schaden. Ausrüstung nehmen. Kichste durchsuchen, kann ich die jetzt anziehen? Äh. Objekt ausrüsten. Ich trage... Ich habe keine Beine. Äh. Ja. Ein paar Münzchen. Und das scheint es hier auch gewesen zu sein, wa? Cool, wir haben eine Hose. Wir sind nicht mehr nackig. Juhu. Das ist wahrscheinlich sowas wie... Wie diese Tonika in Bioshock 1 und 2 wird das sein, wa? Öffne diese Tür. Alter! Alter! Was zur Hölle? Wo ist der Typ hin? Halte und lasse mit Ausrüstung Teufel, um eine Sprengfalle zu erschaffen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wozu das nützlich sein soll. Leite nicht, Lady, kommst du! Er ist weg! Alter, der repräsentiert die drei Dinge, die sie anbeten. Sarg. Schwert. Und Rabe. Sehr. Ah! Killerkrieg. Teuflisches Zeug war der Teufelskuss. Äh. Mörderische Krähen herbeizurufen, die deine Feinde betäuben und verletzen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lasse los, um eine Nestfalle aufzustellen. Während Krähen angriffen, nehmen Gegner mehr Schaden. Nice. Gefällt mir. Was? Oh, der ist der mies. Alter! Schöne Hand! So, danke und danke. Okay, jetzt haben wir aber keinen Teufelskuss mehr, ne? Sehe ich das richtig? Ah gut, wir können das aber mit den Zahlen tauschen. Dann ist das ja okay. Dann lassen wir das mal so. So, ist hier noch irgendwas? Oder die Krähen gefallen mir. Das ist so ein Ersatz für die Bienen, ne? Für den Bienenschwarm. Also haben wir drei Kräfte, die es im Bioshock theoretisch auch gab. Die Bienen, das Feuer und die Beherrschung ist die Hypnose, ne? Hypnotize Big Daddy und sowas. Brennende Heiligenschein. 70%ige Chance, dass Nahkampfziel im Brand gesetzt wird. Opfer 4 Sekunden lang 300 Schaden. Tja, na dat. Ziehen wir doch mal an. Nahkampf scheint in diesem Spiel auch gefragt zu sein, teilweise, ne? Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein zwergenhafter Mulatte oder ein einäugiger Franzose. Nicht größer als 1,42. Bitte was? Äh, größer bin ich schon, also, ne? Wollen wir mal nicht übertreiben. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Ist da irgendwas? Wie sieht's aus, ne? Okay, hier ist nichts weiter. Ah, nice. Man sieht auch, wie der Feuerschaden wirkt. Das ist cool. Und gefällt mir sehr. Okay. Ja, was zu essen ist auch immer gut. Bucker muss viel essen. Was? Was? Okay, jetzt erinnert sie sich an die Hafer. Es war, ähm, gut. Okay. Er sah aus wie ein Iris von sich. Ja, das war. Okay. Okay, 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 okay. Aber ganz sicher in einer hier, die erkennt man überall, wissen Sie? Ja, ich war. Ach, sehr ähnlich. Oh, ich glaube, ich war nicht gemeint. Alter. Alles klar. Äh, sie wollte ich eigentlich nicht töten, aber gut. Kollateralschaden, würde ich sagen. Stempeln wir das so ab. Du Unheil! Yeah! Nimm das. Oh, wir haben 777 Silver Eagle. Gehe jetzt zur Gondelstation. Okay. Da lang? Muss ich hier gar nicht rein? War das jetzt nur so just for fun? Scheint so. Okay, ich dachte, ich muss hier lang. Ach, da sind weitere Haken, richtig? Juhu! BÄM! Warte, warte, warte. Hihihi! So easy. So, was haben wir hier noch Schönes? Halt sich mal an, wenn einer so... Nyeeeh, Nyeeeh macht. Wie so eine... Wie so eine Säge so. Wisst ihr? So, so. Ja, genau so. Nein, nicht dieses Säge, sondern ein anderes Geräusch im Hintergrund. Nyeeeh. Ja, und einen Schrei gibt's auch noch. Okay. Äh. Ja. Wir gehen mal in den nächsten Bereich. Komm, Stock wusste, dass ich komme. Wer hat das ihm gesagt? Die, die mich hergeschickt haben? Wenn ja. Was haben sie in Wahrheit vor? Ja! Wenig wie die Vigor. Doller Bill. Uh, Krähenfallenhilfe. Alter Teufelskurshilfe. Es bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähen fallen werden. Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbrechen mehr Schaden hinzu. Ja, und Gesundheit und Muni. Gut. Hier haben wir noch Mülleime. Und ein weiteres Kinetoskop. Die Welt des Propheten präsentiert unheimliche Gebilde in Columbia. Columbia staunt und erschrickt über seltsame Erscheinungen. Was ist das? Was sind das für Phänomene, die erscheinen und dann wieder verschwinden? Columbia's größte Denkerin schweigt dazu. Ende. War das nicht die eine, die uns da die Flasche gegeben hat? Diese Infusion? Äh, nein. Halt mir die Augen auf! Oh, mehr! Du Hundesohn! Genick! Knack! Alter, da fehlt was Blu! Wo kommt der denn her? Kraft voller Gegner! Oh, Wichse! Wichse! Hier! So macht man das. Hier wartet der Tod. Alle müssen anknacken hier. Abgang! Auch du. Verabschieds dich. Und auch du. Betriebsunfall. Alter! Was war das eben? Knapp dran. Ach so, das sind ja nur geschaffte Errungenschaften, die da aufgezeigt werden. Da stand eben irgendwie Betriebsunfall. Auch eine geile Errungenschaft. Aber da müssen wir wohl noch ein bisschen für tun. So. Äh. Ja. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Finde ich gut. Hier haben wir noch, ne? Heilung, Geld und Ruhr. Nett. Da haben wir noch ein paar Silver Eagles. Oh. Hier ist geschlossen. Komme ich hier rein? Wie sitze ich mir eigentlich eigentlich einen Handschuh an? Ja? Dann sieht keiner mehr das Zeichen. Und... Na gut, mittlerweile weiß die halbe Stadt, wie ich aussehe, glaube ich. Ah, na ja. Aber auch wenn wir es nicht gut kennen. Ihr verliert Gesundheit und bekommt Salze. Womit ihr Kräfte anwenden könnt. Hm. Ich glaube, für die Kräfte würde ich auch rauchen. Münzen unter der Matratze. 90 von 200. Nett. Okay. Dann geht's wohl da. Hier ist ja auch noch was. Komme ich da an? Oh, ganz viele Silver Eagles. Ja, ganz viele. 20 oder so. Alter Seemann. Lass die Kraft namens Sog den verhassten Albertkopf vernichten. Kraft namens Sog? Ah, der hat wieder die gleichen. Alter, ist das teuer. So viel Geld habe ich doch nicht. Okay. Oh. Was ist das? Profil speichern. Hm. Sieht nett aus. Ja, aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Denn jetzt, meine Freunde, ist die Folge vorbei. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Und bis dahin. Haut rein.